Wow, du siehst umwerfend aus. Und ein bisschen so, als wäre es unbequem. Ich sehe aus, als hätte Jane Austen mich vollgekotzt. Du siehst nicht aus, als hätte nicht Jane Austen. Nein, du siehst absolut hinreißend aus. Atmen kannst du schon in dem Teil, ha? Ganz ehrlich, ich mag ja eher locker luftige Kleidung, weißt du, damit ich entspannen kann. Ja, nein, das ist ein typisches Feierabendkleid, das sieht man. Ja, ich bin froh, dass ich an die sechs Dinge gedacht habe, die ich unbedingt brauche, damit meine Hose nicht rutscht. Oh ja. Ich finde deine Anbau übrigens sehr schön. Oh, ja, ich finde es echt super, dass die verführerischste Mode, die eine Frau heutzutage tragen kann, aussieht, als hätte man einen fetten Arsch. Das sieht wirklich nach einem fetten Arsch aus. Danke sehr. Okay, wenn ich ein Schwarzer wäre, wäre das hier die ultimative Verarsche. Weil ich dann, weil ich denken würde, oh mein Gott, dein fetter Arsch, darauf stehe ich. Und dann würde ich den Rock heben und oh, scheiße, alles nur betrunken. Allerdings, du hast recht, denn hier, wenn man den Rock anhebt, ist dann nur ein Metallgestell drunter. Wow. Na, also, wenn man da drin nicht entspannen kann.